Wenn es um Geld geht, wird es häufig kompliziert. Produkte des Finanzmarkts zu durchschauen, ist oft schwierig. Darunter können sich riskante Kredite, unseriöse Geldanlagen und komplexe Versicherungen verbergen. Sichere Geldanlagen sind gefragt in Zeiten steigender Zinsen. Immer wieder berichten uns Verbraucherinnen und Verbraucher, dass betrügerische Vermittler im Internet lukrative Festgeldangebote machen. Diese Anbieter legen gefälschte Antragsformulare ihrer angeblichen Partnerbanken vor. Doch nach der Überweisung auf ein deutliches Konto ist das Geld futsch. Denn die Konten laufen auf den Namen der Betrüger und die sind danach nicht mehr erreichbar. Sie können sich davor schützen, indem Sie in die Unternehmensliste der BaFin, also der Finanzaufsicht, schauen, ob der Vermittler oder das Webportal eine Zulassung in Deutschland hat. Wenn nicht, Finger weg. Sind Ihnen ähnliche Probleme bekannt? Und helfen Sie den Verbraucherzentralen und reichen Sie Ihre Beschwerde über unser Kontaktformular ein.